Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 150 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Besteruced St��가 10 49 6 2 1 2 0 0 2 Vielen Dank.